G-G-G-G-G-Ga-Girl Hey G-G-Ga-Ga-Girl Wer bist du? Ich bin kein G-Ga-Ga-Girl und ich mag auch keine Fragen Wer bist du? Ich? Ich bin... Ich weiß nicht, wer ich bin. Das dürfte dein Leben nicht gerade einfacher machen. Aber mein Name ist Galileo Psygao. Wow, was für ein scheiß Name. Kann ich ihn abkürzen? Auf gar keinen Fall. Also, Pifi, sag schon. Weshalb haben sie dich verhaftet? Weil ich alles Mögliche in meinem Kopf höre. Worte. Worte und Klänge. Ich bin verrückt. Was? Also, mich haben sie verhaftet, weil ihnen meine Klamotten nicht gefallen. Ich finde, du siehst toll aus. Tu ich nicht. Tust du doch? Tu ich nicht. Tust du doch? Aber was geht denn da ab in deinem Kopf? Ich weiß nicht. Weißt du eigentlich irgendwas? Ja, ich weiß, dass ich anders bin, als mich die Gaga-Bolls hatten. Mich hast du die Gaga-Boll. Und? Weißt du, warum sie dich hassen? Klar, sie halten mich für eine Lesbe, weil ich keinen Bock auf Pastellfarben habe. Nein, sie hassen mich, weil sie Angst vor dir haben, weil du anders bist. Du bist ein Individuum. Was meinst du, was die mit uns gemacht haben? Ich weiß nicht. Glaubst du? Glaubst du, sie werden uns jemals in Frieden lassen? Begreifst du nicht? Wir sind eine Bedrohung. Ein Virus auf ihrer Festplatte. Und sie werden erst aufgeben, wenn sie ihren kleinen, blinkenden Cursor auf uns gerichtet sind. Sie den Papierkopf geworfen haben. Wir sind ein Perignon. Wir sind eine Besitzende. Wir sind ein PerTech-Bolls. Wir sind eine Musik, wir sind ein Perif und ein Erwer até der Tesla. Wir sind ein Perif. Wir sind eine Bedrohung. Wir sind eine Schuss- und eine Kirke ¿〜? Ich weiß nicht. Wir sind ein Perif. Wir sind ein Bericht und ein Kle Linkedien. Wir sind ein Perif. Wir sind ein Perif. Wir sind ein Perif. Wir sind ein Perifes. Wir sind ein Perif. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Ja, ja, ja. 14 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017